hello und herzlich willkommen zu meinem neuen youtube video es ist eine ewigkeit her seit ich das letzte mal hier online war hier online war ich für fünf minuten aber seit ich das letzte mal ein video gepostet habe ist schon sehr lange her heute geht es um diese coole leggings von paradise die ist vorhin angekommen da drin und ja also ich habe die leggings auf instagram zuerst gesehen und ja ich fand sie voll schön vor allem weil sie auch sehr besonders ist sie hat erstens hier vorne einen reißverschluss was ja auch geschmackssache ist aber ich persönlich wollte jetzt zuerst wirklich die classic pants haben so heißt sie auch glaube ich classic aesthetic und das besondere auch daran ist dass sie im gegensatz zu herkömmlichen vinyl leder optik leggings mehr platz am hintern haben das heißt dass der po mehr platz hat und dadurch auch größer wirkt und durch den schnitt auch ich weiß nicht ob man es so gut hier sehen kann sieht das ganze auch noch mal schöner aus und ich werde sie gleich anziehen für euch so ich habe jetzt die hose an oh mein gott leute seht ihr das sie ist extrem geil oh mein gott sie ist extrem geil ich trage übrigens eine größe xs ich zeige sie euch einfach mal im stehen ich werde euch jetzt die leggings zeigen wie sie komplett aussieht hier habt ihr auf jeden fall noch mal das paradise zeichen also leute die ist extrem geil ich fühle mich sehr wohl daran ist wahrscheinlich nicht für jedermann was weil ich weiß nicht ob sich jeder trauen würde so eine leggings auch draußen zu tragen aber ich mache sowas sehr gerne also ich finde das sieht auf jeden fall geil aus so sieht sie von hinten aus und wisst ihr was ich an der leggings auch mega feier ist einfach dass sie so dehnbar ist dass sie bis nach ganz unten ziehen kann weil ich bin sehr groß für eine frau also 1,77 ungefähr da ist es immer ein bisschen schwierig mit solchen hosen dass sie bis nach unten gehen aber ja sehr cool auf jeden fall man kann darin auch dehnübungen machen man sehen kann dabei auch sehr gut aussieht so wie ich natürlich dieser zippa sieht einfach geil aus ich weiß nicht irgendwie das macht irgendwie was ich finde das sieht cool aus also man hat auf jeden fall einen guten schönen hintern da drin das ist auch der größte unterschied zu allen anderen leggings die ich bisher hatte also die diesen stoff haben da ist der arsch einfach flach der kommt raus ist mega schön das einzige was mich ein bisschen stört ist hier hinten hier ist so ein gummiband drin und das rollt sich irgendwie ein bisschen so auf keine ahnung ist nicht so geil so im gesamten bin ich sehr zufrieden mit den leggings und es gibt sie auch in sehr vielen anderen farben ich persönlich muss auf jeden fall noch die rote leggings haben die knallrote leggings die haben nämlich zwei töne irgendwie so ein dunkleres rot und eines was so richtig bam in your faces und die brauche ich ich dachte mir ich probiere jetzt mal high heels an dazu also hohe schuhe weil ich habe so viele youtube videos gesehen und da tragen die alle high heels das ist nicht der grund warum ich es auch mache aber es sieht halt schon meister so ich trage jetzt high heels ja dadurch wirken die beiden natürlich noch mal viel länger so ich persönlich würde natürlich immer sneakers tragen aber vielleicht zum säckchen oder so würde ich auch high heels nehmen i don't know ok ich hoffe das video hat euch gefallen und lasst ein like und einen kommentar da und bis zum nächsten mal tschaui und bis zum nächsten mal Vielen Dank.